Guten Tag, und dann rückwärts rausfallen. Alles klar, Alex. Das läuft bei dir, würde ich sagen. Ich sehe da ja gar nicht, wer da ist. Wir Zuschauer haben wir. Trölfzig Milliarden. Sicher achttausend. Statt tausend vierhundert Zuseher, stimmt's? Der Konstruktion. Genau, das macht das Foto im Querformat und zeigt es gleich im Stream. Achso, jajajaja. Am besten so. Das ist die Konstruktion hier. Übrigens, du kannst doch die Füße da oben einspannen. Einspannen und dann fliegst du nicht rum. Sicher nicht. Das ist leider schon mal Tschüss beim Querformat. Schleicherung. Nicht Schleicherung. Schauen zivilisierte Menschen unter anderem zu. Da sind voll viele Menschen rund um uns herum. Du schattest ab. Was hattet ihr eigentlich zu Abend gegessen? Apropos Abendessen, richtig. Eigentlich hätte jetzt der Eiko sich auf... Ja, kann er doch, er kann. Mach mal ein Lieferando. Wir haben einen 25 Euro Lieferando. Voll, weil die fällt mich mit meinem Account an, die ich extra für den Alex angelenkt habe. Wir kriegen das denn? Wir kriegen das denn? Eine Salami Pizza mit extra Käse. Ich meine, ich kacke Pizza essen und die Zeit bitte. Wir werden gleich mal sehen. Wir schauen mal, was Lieferando so zu bieten hat. Was würdet ihr von Lieferando empfehlen? Aber cool, oder? Ich meine, ganz ehrlich, hatten wir bei mir im Lifetime schon mal so eine coole Kulisse. Hashtag Lieferando Challenge. Greeny, pass auf, du mein Gefallen. Greeny macht das. Greeny markiert Lieferando auf Twitter. Verlinkt den Stream hier und schreibt an Lieferando, dass wir die Challenge hier haben, ob es Lieferando schafft, hierher zu liefern. Genau. Das wäre richtig cool. Alle mal... Oder alle anderen auch. Oh mein Gott! Geht direkt auf Twitter und... Postet aber, ja genau. Postet Hashtag Lieferando Challenge dazu bitte. Hashtag Lieferando Challenge. Den Link von diesem Stream. Und aber... Ich bin gespannt, ob die antworten. Hast du einen Screenshot gemacht von hier? Sag, wir wollen hier Pizza haben. Ja genau. Und ob sie es schaffen, hier drei Pizzen zu liefern, wir haben den Gutschein. Genau. Also ich will jetzt hier an Rheinufer Pizza essen. Wie geil wäre das denn? Ja. Und das ohne, dass wir von hier aufstehen müssen. Geht alle rüber auf Twitter, markiert Lieferando. Macht den Screenshot hier vom Stream, macht den Link vom Stream, macht den Link vom Stream. Und wir bestellen jetzt. Bin gespannt, ob die antworten. Hast du einen Screenshot gemacht von hier? Sag, wir wollen hier Pizza haben. Wir sollen sich hier orientieren. Hier ist der Dom und wir sind auf der anderen Seite. Hier ist der Dom und wir sind auf der anderen Seite. Was wollen wir eigentlich? Pizza, haben wir gesagt. Pizza nur 3,90€? Weil die Pizza ja scheiße ist, 4 mal 25 Euro Gutschein. Also einmal 10 Pizzen bitte. 6 Pizzen. Ohhhh. Wir laden Leute ein. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal Leute fragen, ob wir Pizza haben wollen. Meine Damen und Herren, Pizza. Welche Pizza hätten Sie denn gegeben? Pizza Salami. Wir kommen. Schauen wir doch danach. Nein, warte. Ja dann geh auf Twitter. Bitte geh auf Twitter. Wie? Bitte geh auf Twitter. Gehen Sie auf Twitter jetzt. Ich habe gerade auf meinem Smartphone so Pulldown gehabt. Na klar. Na klar. Oh damn. Oh wie geil. Oh wie geil. Okay. Passt. Bitte, bitte, bitte. Zeigt das im Stream. So Leute. Wir haben hier die Bestätigung von Lieferando. Die schicken uns jetzt 3 Pizzen hier. Genau und zwar haben sie kommentiert mit Na klar mit. Na klar. Aber nicht nur einfach nur Na klar. Sondern mit einem Slimey. Sondern mit einem Sonnenbrillensmiley. Das kann was. Queenie macht es gut. Und bestellen in Kürze. In Kürze Challenge accepted. Ja voll cool. Voll cool. Und wir retweeten das dann alle bitte ein. Dann lege ich mich hier hin echt. Es geht einfach nur darum, wenn Lieferando das schafft. Ich finde das richtig geil. Ich habe genau 25 Euro bestellt. Nice. Ey diese Miss Maddie, die ist ja der Burner. Ich habe gerechnet. Sie hat gerechnet. Mathematik oder? Also dreimal Salami, einmal Margarita. Hallo. Hallo. Wir haben Lieferando gechallenged. Siehe hier. Der Twitter Status. So. Falls ihr uns nicht findet. Anrufen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Vom Ufa, Alex, Aykut und ich. Ja. Aber egal wer die Pizza bringt. Der kriegt auf jeden Fall Brinkgeld. Ja definitiv. Ich habe genug reingesteckt. Warte. Ja warte. Der kriegt einen 10er Brinkgeld. Ja genau. Also wir haben auf jeden Fall in meinen Kommentar mit den Kommentaren. Da haben sie auf jeden Fall geliked. Okay. Oh. Weiß. Wir wissen Bescheid. Ich bin gespannt. Ich finde das kommt richtig cool mit Lieferando. Ernsthaft. Ja das ist mega. Da geggen wir raus hier. Wissen Leute es war ja schon mega besonders, dass wir die Gutschein von ihr bekommen haben und dass wir uns einfach Pizza her bestellen können. Aber dass wir jetzt daraus so eine geile Sache machen. Ja. Ich glaube das war eine gute Idee. Ja. Eine super Idee. Wir haben nur gute Ideen heute. Also Lieferando wir haben bestellt bei? Bei Bruder. Bruder. Wir haben bei Bruder bestellt. Bruder Pizza. Ihr müsst länger da bleiben. Es gibt dann später Pizza. Grüße kriegen raus an Lieferando. Ich erwarte bitte die Pizzalieferung auch. Wir erwarten gar nichts. Also nicht auf einem Fahrrad sondern auf. Wir erhoffen. Wir erhoffen. Rollschuhe. Wir wollen Rollschuhe sehen. Wir müssen mit Rollschuhen liefern. So wie war Alex Exklusivlieferung hier. Ja. Wie ich gar nicht. Nein. Sie liefern per Hubschrauber die ganze Küche hierher und machen das Lacko. Die machen hier Pizza. Wenn Lieferando das wirklich scharren. Ach ja klar. Na klar. Dann bestelle ich nur noch bei Lieferando. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Lieferando-Zusteller echt mit Rollschuhen kommt. Guck ich schau mal ob irgendwer mit Pizzen rumläuft hier. Ist noch keiner mit Pizzen unterwegs. Glaubt jemand nicht an die Challenge. Glaubt jemand nicht an die deutschen Pizzerien. Wir glauben an Lieferando. Ich bekomme langsam einfach nur Bock auf die Auflösung. Dass es für mich passiert. Dass das passiert. Das wäre so sensationell. Also Hashtag Lieferando Challenge. Ich glaube das nimmt jetzt Fahrrad auf auf Twitter. Haben wir schon. Was Trending oder? Sind wir schon in den Twitter Trends? Ja da sitzen sicher Leute die nur Twitter betreuen. Der Preis fix. Die Mary. Ich mag die Mary super. Grüße gehen raus an die Mary von Lieferando. Die mir diesen Gutschein zur Verfügung gestellt hat. Unter dem Hashtag Lieferando Challenge. Lieferando. 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 Hashtag Lieferando Challenge. Ich google das mal. Ich twitter das mal. Eine Minute noch. Jetzt bitte stresst mich. Soll ich aufstehen? Nein. Wo ist Lieferando? Oh mein Gott der ruft gerade an. Lieferando. Lieferando. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja fein. Dann kommt sie ja schon. Voll geil. Ich habe jetzt gerade mit dem Typen geredet. Das war anscheinend nicht der Lieferant. An sich normal. Der hat die Mary kam zu jagen. Kein Problem. Wir haben gerade online geschaut eben. Ja. Das heißt sie wissen wer wir sind. Ja. Oh mein Gott. Das heißt sie wissen dass wir hier stehen. Und deswegen finden sie uns jetzt. Also mega geil. Hammer. Leute Lieferando ist Wahnsinn. Was ist die? Oh. Sind das die? Sind das mehrere? Da kommen mehrere. Hammer. Daumen hoch. Das ist ja oder? Hammer. Hammer. Leute. Hammer. Leute. Lieferando ist am Stissel. Lieferando Leute. Lieferando. Gönnt euch. Da kommt noch jemand mit. Nein. Ist das der Chef oder das? Ja. Oh mein Gott. Was krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallihallo. Ich würde sagen. Applaus dafür. Das ist Wahnsinn. 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 Heute Mittag. Wir nehmen die mal mit. Warte kurz. Nimm die mit. Nimm die mit. Warte. Ich nehme meinen Akku raus. Leute. Lieferando hat es geschafft. Wir sind hier am Ufer und wir bekommen die Pizza direkt hierher. Hashtag Lieferando Challenge. Post alle auf Twitter. Lieferando Challenge. Check würde ich sagen. Vom Hotel. Der Kollege wollte zeigen. Super geil. Fast geschafft. Sensationell. Und mit der Hilfe. Super Sache. Bruder. Bruder Pizza. Bruder Pizza. Bruder Pizza. Bruder Pizza könnt ihr bestellen. Die liefern überall hin. Sensationell. Am besten das auch gleich Klippen auf Twitter gleich reinhauen. Dass es funktioniert hat. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Warte kurz. Kommt zurück. Kommt zurück. Kommt zurück. Ich habe versprochen wenn ihr eine Zeit schafft. Schönen Abend. Schönen Abend. Dankeschön. Geil. Lieferando. Am Stüssel. So geil. Jetzt wird geputtert. Die Balbe. Leute habt ihr Hunger? Ja. Sollen wir noch Pizza? Ja. Ja hier. Schau. Freude. Wisst ihr. Freude. Freude muss man teilen. Pizza. Pizza ist das Gericht der Freundschaft. Ihr seid im Livestream btw. Moment was ist die Pizza? Bitte alle die Twitter Antwort von Lieferando retreten. Lieferando.de liken. Freunde like das. Haut das raus. Also Lieferandos sind meine persönlichen Helden seit heute. Seit. Seit jetzt. 20 Minuten. Meine Persönlichkeit. Echt Wahnsinn. Also meine Freunde. In diesem Sinne. Das ist der Eikut. Das ist die MadHead. Hier haben wir ganz viele nette Begleiter die uns geholfen haben die Pizza zu entsorgen. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zusehen. Die Pizza zu entsorgen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Eine gute Nacht. Tschüss. Wenn möglicherweise morgen auf der GamesComp oder am Abend. Wie ihr hier. Man weiß nicht. Euch sehen wir auf der Hi-Rez Party hab ich gehört. Hi-Rez Party. Hi-Rez Party. Hi-Rez Party. Hi-Rez Party. Mittwoch. 20 Uhr. Ich fühl mich total freu. Ich fühl mich total freu. Dann geht's bestimmt auf was veganes. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ah ne warte. Du bist hier gefahren. Vielleicht die es noch nicht gemacht haben. Oben ist der Follow-Button. Bis zum nächsten Mal. Euer Viva. Ciao. Bitteschön. Bitteschön. Okay.